so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die heron psp 1 strich 18 ist richtig schön guck mal gleich oben rein das spiegelt eine schöne batterie mit einem unfassbar geilen effekt und zwar einem glitzer aufstieg mit einem willow effekt oben blau und gold es wird richtig edel an em haben wir hier 470 kann das ist krank gekauft wurde das gute stück bei röder und dann würde ich jetzt mal sagen zünden wir das mal an viel spaß damit ich freue mich auf das schöne pc jetzt guckt euch den jährigen an hier habe ich gehört abonnieren ja schon ganz nett wäre genehm mach mal die heron ich hoffe nicht habe ich dir richtig rum angezogen ach zu teuer schöner effekt aber zu teuer ja was hast du dafür 25 zu teuer oh ja aber aber sehr edel ja zu teuer